Jetzt haue ich den nächsten saftigen Filter raus Jungs und zwar Qualität. Alter was macht der jetzt? Mein Controller ist einfach ausgegangen. Hä? Controller? Verbindung getrennt? Ja als ob. Arriva! Herzlich willkommen meine Muchachos Brattans. Jungs heute zeige ich euch richtig krasse Sniping Filter. Lasst gerne vorher nochmal ein Like und Auber auf das Video, da würde ich mich sehr freuen. Wir starten jetzt rein. Um euch auf den aktuellen Stand der Dinge zu halten Jungs. Schaut euch das an. Es läuft steil weiter. Wir machen weiter Transfererlös. 16,5 Millionen Air Traded. Wenn auch du mehrere Millionen schaffen willst in der Woche oder mindestens eine Million in der Woche schaffen willst. Schau auf jeden Fall alle meine Videos an, meine Livestreams Jungs. Weil ich werde euch versuchen so viele Ratschläge wie möglich zu geben. Stellt eure Fragen in den Kommentaren und dann werde ich versuchen auf alle Fragen einzugehen meine Freunde. Und natürlich immer krass supporten Jungs. Jeder Support ist gut für meinen Algorithmus. Also wer mir auch was zurückgeben möchte, gerne immer ein bisschen was kommentieren. Liken die Stars. Seid auf jeden Fall aktiv. Und ich würde sagen wir gehen jetzt in die Filter rein. Hier ist der erste Spieler den ich bekommen habe. Den habe ich sogar erboten. Für 750 Münzen geht für 1000 Coins weg. Ich habe da sogar noch ein paar mehr. Ich habe da glaube ich noch ein paar Karten. Wo haben wir den hier? Den habe ich für 800 Münzen erboten. Also hier könnt ihr per Geburt auch sehr sehr gut reingehen. Und ich zeige euch jetzt mal was ihr eingeben müsst auf dem Transfermarkt. Wir gehen jetzt mal hier rein. Da müsst ihr... Ah falsche Dinge. Hier Transfermarkt. Da sieht es so aus. Gold selten, rechter Flügel und Argentinien. Ich zeige euch mal kurz wie man hier so snipen kann. Da gibt es drei Karten die man snipen kann. Und zwar Ocampos, Korea und Lamella. Aber der versteckt sich hier. Doch hier da ist er doch. Lamella. Müsst ihr schauen. Lamella und dieser andere Spieler der Korea. Die sind ein bisschen mehr wert wie Campus. Dann müsst ihr halt mal schauen wie ihr den snipet. Auf jeden Fall gehen die Karten vor allem Ocampos geht ein bisschen günstiger. Günstiger weg. Der geht auf jeden Fall für 1000 weg. Ich denke mal, dass der im Laufe des Tages, also am Nachmittag, abends vielleicht so auf 1100, 1200 vielleicht hoch geht. Weil jetzt gerade die ganzen Rewards auch von den Squad Battles aufgemacht werden. Deswegen ist er vom Preis sehr tief. Da könnt ihr auf jeden Fall abends euren Filter noch ein bisschen anpassen. Euren Sniping Filter. Hier würde ich euch aktuell empfehlen, wenn ihr den für 1000 Coins verkaufen könnt. Versucht hier auf jeden Fall Fokus, Lamella, Korea auch hier zu snipen. Und wenn die dann ein bisschen ansteigen, angenommen die Karten würden dann auf 1200, 1300 hoch gehen. Dann könnt ihr euren Filter ein bisschen anpassen. Dann könnt ihr quasi schon ab 1000 Coins snipen. Da ist die Chance sehr, sehr viel größer, dass ihr die anderen beiden Karten dann auch mit snipen könnt. Bei diesem Filter müsst ihr folgendes eingeben. Wir gehen auf Gold selten. Position Mittelfeldspieler aus der Bundesliga und folgen der Klub. Und zwar FC Bayern München. Da kosten die Karten ein bisschen mehr. Da müssen wir immer mal wieder gucken, was die aktuell so kosten. Moment, was habe ich denn jetzt hier? Ich habe irgendwas vergessen einzugeben. Huch, was habe ich denn da jetzt vergessen einzugeben? Mittelfeld, äh, Deutschland, Germany, Bayern München. Uh. Hä? Ah. Hier, Nationalität, Deutscher Lander. Jetzt habe ich es. Alter, ich war jetzt voll auf dem Schlauch gestanden. Zu wild. Hier, Gnabry, 6200. Ähm. Eigene Filter, habe ich voll verplant. Also man kann hier auf jeden Fall Gnabry snipen. Wir schauen jetzt mal zusammen, was man hier noch so snipen kann. Und zwar ist hier noch Guretzka mit dabei. Müller ist hier mit dabei. Also ein sehr, sehr, sehr nicer Filter, Jungs. Ähm. Wenn ihr Gnabry oder Müller snipet, Jungs, dann habt ihr ein Checkpoint. Ich sage es euch, wie es ist. Ihr macht so viele Coins, dass alles zu spät ist. Und ja, Gnabry ist aktuell bei 6600, geht er weg. Und immer wieder die EA Gebühren berechnen, Jungs. Weil es ist immer ganz, ganz wichtig, dass ihr wisst, ähm, ja, wie viel, wie viel die 5% sind, wie viel günstiger ihr snipen könnt. Und in dem Fall wären es bei 6600 330 Coins, ähm, was halt EA von euch die Gebühren halt abzieht. Also schlussendlich müsstet ihr die Karte mindestens für 6200 snipen, damit ihr 70 Münzen Gewinn macht. Das ist sehr wenig. Ich würde euch empfehlen, so ab 6000 Coins hier reinzugehen und zu snipen. So ab 6000, ist ganz gut. Geht rein, snipe für 6000 und versucht hier, äh, Müller, Gnabry und den anderen Henkel, Schenkel-Harbert zu snipen, Jungs. Dann sollte das auf jeden Fall fit gehen. Ähm, ja. Mal schauen, ob bei mir jetzt gleich einer auf den Markt kommt. Aber ich denke mal, dass es ein bisschen schwierig ist. Aber, äh, Gnabry ist hier für 6 Mal draufgekommen. Das wäre jetzt ein Gewinn gewesen von 270 Münzen. Ähm, macht das auf jeden Fall über die Web-App, weil ihr habt hier deutlich höhere Chancen, auch solche Karten zu bekommen. Jetzt haue ich den nächsten saftigen Filter raus, Jungs. Und zwar Qualität. Alter, was macht der jetzt? Mein Controller ist einfach ausgegangen. Hä? Controller? Der, der, Verbindung getrennt. Ja, als ob. Der trennt mir einfach die Verbindung. So, er macht einfach Feierabend. Ich will hier euch einen Snipe-Infilter zeigen und er macht einfach Feierabend. So, Nationalität, Frankreich, Liga, Englische Liga. Da ist folgender Trick zu machen. Zu, na, ihr müsst hier auf Mindest-Sofortkampfpreis 10.250 stellen, weil dann filtert ihr die ganze Kleinscheiße raus. Und dann können wir auf die großen Karten gehen. Wie zum Beispiel Sissoko. Ich gehe mal hier mal ein bisschen vom Preis ein bisschen höher, so bis 28.000. Dann sieht man vielleicht noch ein paar andere Spieler. Hier, Cent Maximim ist auch mit am Start. Es gibt zwei oder drei Karten, die wir hier snipen können. Und das ist sehr, sehr geil, weil es ist halt vom Budget ein bisschen höher, aber sehr, sehr geiler Filter. Ich glaube, den machen auch nicht so viele. Also, auch hier für 18.500 können wir verkaufen. Ich zeige euch mal auf Footbin, wie viele Gebühren das sind. Also, wenn wir den jetzt für 18.500 verkaufen, dann werden 925 Coins abgezogen. Das heißt, ich würde den persönlich so ab 17.000 snipen. Da macht man 500 Coins pro Karte. Also, 17.000 Coins fangen wir an hier zu snipen. So, da gehen wir hier rein. 17.000 und abfahrt, Jungs. Da ist der erste. 16.500. Ey, Jungs, macht es über die Web App. Da bekommt ihr die Karten viel leichter. Ich bin auf der Konsole wirklich so langsam, viel zu langsam unterwegs. Aber checkt es auf jeden Fall aus. Und wenn Cent Maximim auch hier für einen guten Preis reinkommt, Jungs, dann ist es absoluter Checkpoint. Und was ihr hier auch machen könnt, ihr könnt auch per Gebot auch reingehen. Das geht so, wenn ihr hier eingibt 10.250. Und hier, ja, so bis 17.000 maximal könnt ihr auf jeden Fall bieten. Und dann geht einfach mal hier rein. Habe ich jetzt den kompletten Filter resettet oder was? Ich habe den kompletten Filter resettet. Wie habe ich denn das schon wieder zusammenbekommen? Schnell nochmal eingeben, dass ich es euch zeigen kann. Ich bin wieder viel zu lost in der Früh, Jungs. So, aber jetzt. So, und dann können wir hier ganz auf entspannt bis 17.000 einfach mal auf die Karten bieten. Oder ein bisschen günstiger sogar. Weil manchmal habt ihr Glück und ihr bekommt sie sogar noch günstiger. Das ist natürlich dann schon nice. Und dann macht ihr natürlich pro Karte dann viel, viel mehr Coins. Versucht diese Methode auf jeden Fall mal aus. Hier auf Cent Maximim auch immer wieder mal bieten. Und schaut mal genau, was der kostet. Weil er ist, glaube ich, ein bisschen mehr wert wie Sissoko. Und ja, hier ist sogar Martial noch dabei. Aber gut, der kostet ein bisschen zu viel. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Sniping-Methode. Wenn euch dieses saftige Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo zum Abschluss da. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Würde mich sehr freuen. Ich bin raus, haus rein, Jungs und ciao. Bis zum nächsten Mal.